Derby an der ausverkauften Hafenstraße. Rot-Weiß Essen gegen den MSV Duisburg. Rot-Weiß zuletzt mit dreiwöchiger Zwangspause aufgrund des Ausfalls des Saarbrückenspiels. Der MSV Duisburg zuletzt auf der Alm verloren. Es geht für Duisburg um die Existenz. Rot-Weiß will oben ran schmecken, kann ja noch durchaus um den Aufstieg mitreden. Dementsprechend die breite Brust der Essener, die erste Chance gehörte RWE Harenbrock. Verpasste nur knapp nach 13 Minuten. Es war ein toller Start in dieses Spiel. Hohe Intensität, keiner wollte den ersten Fehler machen. Guter Ball ins Zentrum. Die Duisburger versuchten immer wieder auf die Außenbahn zu kommen. Jetzt der Moment. Plädel enggehend vorne reingestoßen. Flanke kommt durch. Chance ist da aufs 1-0. Es war ein eiskalt. Führung für den MSV. Dritter Saisontreffer von Alexander Eswein. Enggehend gegen Bielefeld. Schon stark hier mit der Vorarbeit. Seine zweite in dieser Saison. Da war er doch, der MSV. Aber wie lange hielt dieser Moment für die Zebras? Rot-Weiß brauchte nicht lange, kam dann zurück. Schapiner einfach mal aus der Distanz. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Er versucht es oft im Training. Jetzt hat er es auch im Spiel gemacht. Er deutet hier ein Pass an. Aber Pustekuchen, den wollte er genau so machen an einem guten Tag. So ehrlich muss man sein. Hält den Vincent Müller. Ausgleich mit dem Halbzeitpfiff. Die Hafenstraße bebte. Rot-Weiß Essen war wieder da. Zweite 45 Minuten. Die Zebras jetzt auf die eigenen Fans. 3.000 waren mitgekommen. Torschütze Eswein Ginczek. Das war die Möglichkeit. In Minute 49 wieder die Führung herzustellen. Nach vorne sah das hier und da. Gar nicht schlecht aus. Gute Möglichkeit. Auf der anderen Seite eine von vielen Standardsituationen. Für Rot-Weiß Essen. Duisburg kann nicht klären. Enggehend ist nicht da. Aber Brumme ist da. Und wie. Lukas Brumme. Erster Treffer. Im RWE-Trikot. Das kann man nicht besser timen als in diesem Derby. Aber die Frage muss erlaubt sein. Enggehend. Warum geht er da weg? Kann Brumme doch da stören. Dann schießt er den Ball nicht so aufs Tor. Derby gedreht. Für Rot-Weiß in der 57. Minute. Jetzt eine entscheidende Szene in diesem Spiel. Eswein Ginczek. Das war die Chance aufs 2 zu 2. In Minute 70. Da hätten die Herzen der Zebras wieder höher geschlagen. Auf der anderen Seite. Sekunden später. Der Ball vornherein. Obos und Elfmeter. Harenbrock mit dem tollen Pass in die Schnittstelle. Kapitän Knoll kam nicht hinterher. Dr. Max Burda musste auf den Punkt zeigen. Das sind so Situationen, die kommen viel zu häufig vor für den MSV. In dieser Saison. Musa Dumboya blieb eiskalt. Und stellte auf 3 zu 1 in Minute 72. Diese Phase hat die Saison des MSV exemplarisch dargestellt. Man hätte auf 2 zu 2 stellen können. Jetzt bekommt man das. 1 zu 3. Und das war auch noch nicht das Ende. Man sah nicht mehr viel von den Zebras. Hängende Köpfe. Nachspielzeit. Brumme geschickt. Doppelpack zum ersten Mal für Lukas Brumme. 4 zu 1. Am Ende dann die Zebras. Im Derby filetiert. Dementsprechend die Stimmung danach. Der nächste Nackenschlag. Die vierte Auswärtsniederlage in Folge. Es wird schwer in Richtung Klassenerhalt für den MSV. Hier geht es gerade heute nicht um Köpfe aufrichten. Hier geht es darum, dass wir ein Derby gerade verloren haben. Total dumm uns in den verschiedenen Momenten verhalten haben. Die dann zu den Gegentoren führen. Auch die Momente und die Zeiten, wo wir die Gegentore bekommen. Da sind wir einfach zu blauäugig in die Situation gegangen. Und von daher geht es heute erst mal um eine tiefe Enttäuschung. Wie haben Sie diese 90 Minuten erlebt? In dieser Atmosphäre. In dieser Derby-Atmosphäre. Heute auch auf dem Rasen und auch auf den Rängen. Einfach Wahnsinn. Das ist etwas Außergewöhnliches hier. Und das war von Sekunde 1, als wir auf dem Platz zum Aufwärmen gekommen sind. Einfach Gänsehaut. Das war einfach geil. Wir können einfach nur Danke sagen zu den geilen Fans. Und dann noch mit so einem Sieg das zu feiern. Überragend. Rot-Weiß Essen feiert den Derbysieg. Es ist alles drin. 50 Punkte auf der Haben-Seite. Das Nachholspiel noch im Revier. Vielleicht geht was in Richtung Liga 2. Alle Spiele live. Alle Spiele live. Nur bei Magenta Sport. Wir können auch mit dem Gänsehaut das ein.